Das darf nur nicht wahr sein. Das ist so etwas Blödes. Ich habe in meinem Haus ein Bild von meiner Mutter. Das ist ein Ölgemälde, das vor vielen Jahren von einem Freund von ihr gemalt wurde. Er war ein relativ bekannter in der Gegend, wo er wohnte. Sie ist ungefähr 30 Jahre alt auf dem Bild. Ich wurde gerade am Ende der Krieg, im Zweck der Weltkrieg. Meine Eltern hatten ein Apartment in der Stadt in Koblenz. Die Haus wurde vom Haus und sie haben alles in dem Apartment verloren. Ich war in einer kleinen Stadt, in einem Ort, wo ein Hotel wurde. Ein Hotel wurde in einem Militär-Hospital für einige der deutschen Militärs. die waren nahe, weil es nahe zu der Rhine war, und das war eine der Battle Lines. So, sie war da mit ein paar anderen Frauen, die oder hatten geboren. Und der Tag, als ich geboren wurde, war ein Bombing nebenbei, und der Hotel wurde verletzt, und von der Story, meine Mutter hat mir erzählt. All the windows were shattered, und die Glasfell auf alle kleinen kleinen Bedenken die sie für die Newbornen haben. Und wenn sie endlich in, zu checken auf mich, sie sahen, dass alles in Glasfell war, und es war wirklich terrible. You just have to bite carefully, because sometimes they have been chewed on. Und wenn sie die Gitarre gingen von Teinchen von Teinchen sehen können, war, eine gewisse Geschichte zu finden. Die Frage, die Frau, die realized, die Frau und die Krippe zu haben, was es sich in der kleine Krippe erschaffen. und das ist wie ich mich identifiziert. Das hat mich immer ein bisschen squeezy-queezy, weil ich dachte, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, wie die Kinder manchmal denken. Und dann, wenn ich älter, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr als Kind war, weil ich nicht so viele Ähnliches gesehen habe. Ich habe nie erlebt, wie meine Mutter. Und ich natürlich nicht so, wie mein Vater war. In addition, meine Eltern waren professionell, klassisch-trained musicians. Mein Vater war ein conductor. Mein Vater war ein pianist und klassisch-singer. Und ich war nicht so, dass ich nicht so, wie ich wusste. Ich konnte nie lernen, wie zu readen. Ich hatte eine schlimme Zeit, als Kind, zu lernen, die Piano, und das hat viele schlechte Gefühle zwischen meinem Vater und mir, weil er, natürlich, ich wollte mich spielen, weil ich meine Kinder, und ich hatte viel Zeit, und ich habe einfach nicht wirklich gehalten. Das war eine andere Grund, warum ich vielleicht nicht mein Vater war, weil alle anderen in der Familie war musikal. Das ist mein Lieblingszimmer. Das ist mein Lieblingszimmer. Das ist mein Lieblingszimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020